Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Heute hier vom YouTube-Festival in Berlin und ich freue mich sehr, dass sie zu uns in diesen Podcast gekommen ist. Herzlich willkommen, die Fitness-Queen auf YouTube. Herzlich willkommen, Pamela Reif. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Heute ist für uns auch ein ganz besonderer Tag, denn du hast heute hier von uns den Diamond-Play-Button bekommen für, sage und schreibe, 10 Millionen Abos auf YouTube. Herzlichen Glückwunsch vom gesamten YouTube-Team. Dankeschön. Eine wirklich ganz besondere Leistung. Trag uns ein bisschen durch diese Zeit. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich habe für 10 Millionen Abonnenten 10 Jahre gebraucht. Langsam und stetig ist dabei mein Motto. Und ich habe ja wirklich tatsächlich ganz ohne Plan damals angefangen. Also vor 10 Jahren war das einfach nur Jux und Tollerei. Eine Schnapsidee eines Freundes, der gesagt hat, komm, lass mal ein Video drehen. Ich kann Videos drehen, du kannst Sport. Schauen wir mal, was draus passiert. Und mit der Zeit ist dann eben alles gewachsen und der Plan kam definitiv im Nachhinein. Und heute könnte ich mir mein Leben nicht mehr ohne das vorstellen. Und ich glaube, ganz viele andere auch nicht, weil ich ja bekanntlich die eigene kostenlose Fitnesstrainerin im Wohnzimmer bin. Und sowohl mit Pilates oder Tanzworkouts, Krafttraining, Cardio, Hit etc. immer mehr Menschen da draußen fit mache. Weißt du noch genau, welches dein erstes Video war? Ja, ja, das weiß ich noch ganz genau. Das ist bei mir im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer gedreht worden. Da habe ich ein schwarzes Outfit an auf einer rosanen Matte. Ich weiß das noch. Und wie hast du dich jetzt, wenn du in der Rückschau das mal betrachtest, entwickelt? Also du bist ja so professionell geworden auf allen Ebenen. Du bist eine Unternehmerin geworden, wahnsinnig erfolgreich. Musst du dich manchmal zwicken und sagen, mein Gott, was ist in den letzten zehn Jahren alles so passiert? Also ich denke, ich habe mich viel weiter noch entwickelt, als man das als User auf dem Bildschirm erkennen mag. Denn das Video an sich war damals schon ähnlich aufgebaut. Da lag ich auf der Matte, der 30-Sekunden-Timer war oben rechts und die Übungseinblendung auch. Also ich sage mal, auf den ersten Blick hat sich wenig verändert, aber die Qualität der Videos wurde sehr viel besser. Ich finde, die Workouts wurden sehr viel besser. Wir haben jetzt wunderbare Musikeinbindungen. Die Workouts sind auf die Musik abgestimmt. Ich mache sehr viel mehr Varianz in allem. Also ich denke, das Detail spricht doch für sich. Und natürlich in zehn Jahren ist man gealtert, aber ich würde sagen im positiven Sinne. Ich bin glücklicher, ruhiger, ausgeglichener als davor und finde eigentlich, es ist bei mir noch nie besser gewesen. Also ich wünsche mir nicht, die Zeit zurückzudrehen. Noch nicht unter Vorbehalt. Du bist als wahnsinnig fleißig bekannt. Das sagst du auch in anderen Interviews. Das ist so dein Erfolgsgeheimnis, was du oft weiterträgst, Fleiß. Wenn du jetzt zurückschaust und sagst, ist das von dir selber gekommen? Oder hat dir jemand gesagt, wenn du auf YouTube erfolgreich sein willst, dann musst du fleißig sein? Also ist das eigener Antrieb? Das hatte ich schon direkt nach der Geburt. Meine Mutter sagte schon beim Stillen, hat sie gemerkt, dass ich ein sehr effektives Kind bin. Ich trinke links, ich trinke rechts, ich schlafe. So hat sich das durchgezogen, durch die Grundschule, durch das Gymnasium. Ich habe immer gelernt, ohne dass man es mir auftragen musste. Ich wurde nicht einmal kontrolliert oder sowas, ob ich mit wichtigem Wissen zur Prüfung gehe oder ob ich alles versemmelt hätte. Ich war schon immer diszipliniert, habe mich selber strukturiert und so ist das einfach von der Schule dann weitergegangen zu YouTube. Wie war dein Abischnitt? 1,0. Wahnsinn. Also wir sind sehr beeindruckt. Du bist eine Unternehmerin geworden. Das ist vielleicht der Unterschied zum Beginn auf YouTube. Kannst du kurz erklären, was das heißt? Also du hast eigene Marken kreiert. Was bedeutet das noch? Genau, also ich habe inzwischen zwei oder drei Firmen. Also zwei Firmen, von denen wissen wahrscheinlich die meisten. Die sieht man in der Drogerie ganz oft. Das ist einmal natürlich die Pam mit meinen eigenen natürlichen Bio-Snacks. Also das sind Proteinriegel, Müsli, Porridge etc. Und dann auch Ela mit natürlicher Haarpflege. Findet man auch in der Drogerie. Und dann habe ich eigentlich noch ein drittes Unternehmen. Das ist meine App, die Pam App. Die hat auch sechs Millionen Downloads oder sowas in die Richtung in der Zwischenzeit. Da veröffentliche ich Rezepte und die Workout-Pläne, die dann wieder zurück auf YouTube leiten. Weil praktisch diese Workout-Pläne, die YouTube-Videos in schlauer Konstellation aneinanderreihen, damit man dann in einer Woche wirklich auch alles trainiert hat und eine gute Zusammenstellung des Ganzen hatte. In verschiedenen Varianten für Anfänger, Leute, die lieber tanzen wollen, Leute, die gar kein Cardio machen möchten etc. etc. Das heißt, bei mir ist sehr viel Cross-Selling auch da, obwohl es meistens gar nicht so wirkt, da ich bei meinen Unternehmen schon wirklich immer darauf geachtet habe, dass die Qualität im Vordergrund liegt. Sowohl bei den YouTube-Videos, die wirklich durch die Effektivität und das Brennen der Workouts strahlen sollen, als auch die Produkte selber, die hoffentlich der liebste Proteinriegel wurden. Weshalb dann die Pamela vielleicht irgendwann auch ganz egal ist. Du schreibst Kochbücher, du machst so viel, du bist so breit aufgestellt. Das kann man nicht alles alleine schaffen, glaube ich. Wer steht denn da alles an deiner Seite? Also tatsächlich ist mein Team besonders klein, würde ich sagen. Ich habe vor allem sehr gerne meine Familie um mich rum. Meine Mutter und mein Bruder, die reisen eigentlich ständig mit mir. Die sitzen auch hier und hier. Genau, davon werden wir auch verraten. Die sind hier mit im Raum. Genau. Manchmal sind wir auch nicht alle zusammen, je nachdem, wie wichtig der Termin ist. Der heutige ist natürlich sehr, sehr wichtig. Deswegen sind wir alle beisammen. Aber ansonsten variieren wir das auch. Und zu Hause sitzt mein engstes Team. Ich habe natürlich für Netschliebham und für Ela meine Teams auch noch ausgelagert, in Büros in Hamburg etc. Mit dem bin ich auch eng verbunden. Aber ich sage mal, bei mir ist alles sehr, sehr klein. Aber es ist insgesamt sehr, sehr groß geworden, oder? Was man so sieht von außen. Du bist jetzt gerade aus Asien gekommen. Was hast du denn da gemacht? Genau. Ich wurde mehr oder weniger absichtlich, also eigentlich gar nicht absichtlich in China bekannt. Da habe ich inzwischen 70 Millionen Follower oder über 70 sogar schon. Und da bin ich tatsächlich als Personal Trainerin einfach bekannt. Sie hatten sich damals die Videos von YouTube runtergezogen und dann auf den chinesischen Plattformen eigenständig hochgeladen, bis ich das irgendwann mal durch Zufall mitbekommen habe. Durch jemanden auf der Straße, oder? Durch jemanden auf der Straße, genau. Eine chinesische Studentin in Karlsruhe hat mich angesprochen und hat mir das gezeigt und meinte, schau mal, du hast Millionen Follower bei uns und du weißt das gar nicht. Und wir trainieren alle mit dir und sind dir total dankbar. Aber schlussendlich sind das Fake-Accounts. Und dann habe ich da irgendwann die Verantwortung für übernommen und habe eigene Kanäle gegründet. Und seitdem poste ich praktisch die gleichen Videos wie auf YouTube auch dort, aber in chinesischer Ausführung, mit chinesischen Übungseinblendungen und inzwischen auch noch sehr viel mehr. Aber so hat es natürlich angefangen und deshalb reise ich jetzt regelmäßig nach China, um auch dort Termine wahrzunehmen, Workouts auf der Bühne zu machen, meine Community zu sehen, alle mal in den Arm zu nehmen, etc. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Anblick geben in deine Community. Mein Eindruck ist, dass es eine sehr liebe, loyale Community ist, die sehr dankbar ist für das, was du ihnen gibst. Wie sieht die Community aus, was die Analytics angeht? Also vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick in die Demografie. Ja, gerne. Also ja, ich würde auch sagen, meine Community ist sehr lieb und sehr dankbar. Ich glaube, das kommt auch daher, dass mich die meisten auf YouTube während der Corona-Pandemie entdeckt haben. Und ich so ein bisschen auch der Retter in der, was mache ich denn eigentlich zu Hause, Not war. Und dann den ganzen Leuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe mit den Dance-Workouts. Und so ein bisschen den Kopf beisammen gehalten habe und dann auch noch den Körper verbessert habe. Und außerdem sind ja alle meine Workouts umsonst. Und das war damals auch nicht so oft gesehen. Da haben die meisten wirklich Geld dafür genommen und ich eben nicht. Und ich glaube, deswegen ist diese ganze Dankbarkeit gestiegen. Meine Follower sind auf YouTube so 70, 75 Prozent weiblich. Ich glaube, der Männeranteil ist heimlich höher, weil die ja auch mitmachen müssen vor dem Bildschirm. Bestimmt ist die Frau oder die Freundin eingeloggt und der Mann muss dann mitleiden. Deswegen, ich glaube, Männer sind stärker dabei als 50 Prozent. Aber ja, ansonsten ist es auf der ganzen Welt verteilt. Wir haben in Deutschland 15 bis 20 Prozent und dann geht es weiter USA, Brasilien, UK. Also das ist schon die stärkste Community, die Deutschland. Ja, Deutschland ist die stärkste Community. Merke ich auch bei allem. Egal, wo ich unterwegs bin, die Deutschen sind einfach am nächsten an mir dran. Aber China ist ganz nah auf den Fersen. Und was ist das für ein Gefühl für dich dann auf der Straße, so erkannt zu werden? Genießt du das sehr oder hättest du gerne mal deine Ruhe? Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr anstrengend auch sein kann. Also ich würde sagen, falls ich mal einen Moment hätte, wo ich denken würde, oh, ich hätte gerne meine Ruhe, dann müsste ich mal rauszoomen und denken, nee, dann könnte ich das ganze Leben nicht führen. Deswegen an sich bin ich ein sehr dankbarer Mensch auch und freue mich auch wirklich, wenn Leute mich ansprechen und mir dann erzählen, ich trainiere schon so und so viele Jahre mit dir und ich habe zehn Kilo wegen dir verloren. Oder ich habe wegen dir viel mehr Selbstbewusstsein bekommen etc. etc. Das ist mir schon wirklich sehr, sehr viel wert und das motiviert mich auch immer weiterzumachen. Und ich muss mir aber bewusst sein, wenn ich außer Haus gehe, dann werde ich erkannt. Also ich kann mir nicht wünschen, außer Haus zu gehen und privat zu sein. Das ist einfach nicht so. Aber ich meine, ich habe mir über zehn Jahre das Leben auch ausgesucht. Ich wurde nicht über Nacht bekannt. Ich konnte praktisch jeden Tag nochmal anders überlegen. Habe ich aber nicht. Gut. Und gibt es Unterschiede in den Ländern? Also das ist ja schon ein sehr, sehr internationales Publikum, wenn man die größte Community in Deutschland mit wie viel Prozent war das? 15, 20? Gibt es Unterschiede, was in den Ländern so besonders gefragt ist? Also in Deutschland bin ich hauptsächlich für meine Bauchworkouts bekannt. Six Pack Made by Pam. Dann bei den Frauen natürlich auch die Po-Workouts. In China sind die Tanzworkouts besonders bekannt. Die stehen nicht so ganz auf mein Krafttraining. Das ist einfach auch auf eine andere Art und Weise zu anstrengend. Mein Spitzname ist dort Moguay Pamela. Das heißt Teufel Pamela, weil die Workouts einfach so anstrengend sind. Und so unterscheidet sich das ein bisschen. Aber deswegen versuche ich auch alle zwei Wochen einen anderen Stil an Workouts hochzuladen. Also es variiert immer zwischen Pilates, Tanzen, Krafttraining, Hit-Workouts, Cardio-Workouts etc., damit jeder was findet. Du hast eben erzählt, wie effizient und wie fleißig und ehrgeizig du bist. Mich würde interessieren, was möchtest du bewirken mit dem, was du tust? Gibt es da etwas, was dich so tief antreibt? Also möchtest du Menschen gesünder machen oder mit deinem Lebensstil inspirieren oder was ist das? Also ich wollte noch nie in meinem Leben jemandem etwas aufheizen. Ich gebe Inspiration und ich lebe es vor. Und ich gebe es auch zum Mitmachen auf YouTube. Und jeder, der mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Und dann merkt man relativ schnell selber, wie viel besser das Leben dann wird. Wie viel besser man sich fühlt. Man fühlt sich nicht nur gesünder, sondern auch selbstbewusster. Man fühlt sich stärker etc. etc. Deswegen, ich fahre selten diese ganz starke, aggressive Marketing-Propaganda. Von wegen, du musst das tun, um dich gut zu fühlen. Das ist nicht meine Art. Ich bin da immer eher passiv unterwegs. Bin da aber gut mitgefahren, weil das Ergebnis dann für sich spricht. Du bist ja äußerlich sehr, sehr perfekt. Also das läuft alles sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube aber, dass ja jeder Mensch mal Phasen hat, wo man sich nicht so gut fühlt. Kommt das bei dir auch vor? Und wie gehst du dann damit um? Also ich habe inzwischen sehr viele Tools, mit denen ich mich sehr schnell wieder gut fühlen kann. Ich sage mal, ich kann es mir relativ schlecht rausnehmen, mich mal eine Zeit lang schlecht zu fühlen. Also könnte ich mir vielleicht schon rausnehmen, habe ich mir aber nie rausgenommen. Einfach auch, weil ich weiß, wie ich mein Leben zu gestalten habe, dass es mir möglichst gut geht. Und wenn ich mal schlechte Laune habe, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber ich würde sagen, das kommt ganz, ganz selten vor. Ich habe in der Regel gute Laune und wenn, dann bin ich vielleicht zu gestresst und dann weiß ich, ich müsste weniger machen. Aber ansonsten habe ich den Dreh ganz gut raus, was ich zu tun und zu lassen habe an einem Tag, damit ich mich wohlfühle. Wie kannst du denn entspannen oder wie kannst du mal den Geist komplett frei laufen lassen? Also beim Schlafen ehrlich gesagt, ich bin ein guter Schläfer und am nächsten Tag ist jedes Problem nur noch halb so groß. Manchmal ist es ja so, man liegt abends im Bett und denkt so, oh Gott, wie löse ich das jetzt? Und dann schläft man und am nächsten Tag. Wie viele Stunden? Ja, also im Idealfall wären es natürlich acht, aber wenn ich jetzt so unterwegs bin, sind das meistens sechs oder sowas in die Richtung. Also ich sage mal tendenziell zu wenig die letzten Jahre, aber dafür effektiv. Ein guter Schlaf in den wenigen Stunden. Und wenn man jetzt nochmal auf YouTube zu sprechen kommt, was machst du, wenn du jetzt nicht gerade beruflich auf YouTube unterwegs bist? Also wenn du dich inspirieren lassen möchtest oder wenn du einfach mal schaust oder entertainen lassen willst, gibt es da etwas, was du auf YouTube schaust? Ja, ich schaue und höre total gerne Podcasts auf YouTube. Also wenn ich mich morgens schminke oder mir die Haare mache, dann lasse ich immer einen Podcast an der Seite laufen. Welchen? The Diary of a CEO schaue ich sehr, sehr gerne. Finde ich super interessant. Ganz viele Themenbereiche, ganz schön aufgearbeitet. Und das hatte ich früher auf einer Audio-Plattform gehört und bin dann aber auf YouTube gewechselt, weil es schon nochmal einen Mehrwert hat, ab und zu mal in die Gesichter schauen zu können. Und das mache ich gefühlt fast täglich. YouTube an sich so, als Plattform in deinem Media-Mix, in deinem Marken-Mix, was spielt das für eine Rolle? Also wenn ich das richtig sehe, sagst du nicht in deinen Videos, ihr müsst jetzt diesen Triegel kaufen oder diesen Porridge kaufen, sondern das ist eine andere Strategie. Kannst du das ein bisschen aufdröseln? Ja, also YouTube war für mich noch nie der Verkaufskanal, obwohl er grandios dafür wäre. Ich habe es aber als Workout-Plattform hochgezogen und merke jetzt natürlich im zweiten und dritten Schritt, dass es mir sehr stark beim Abverkauf doch geholfen hat. Weil wenn mich die Leute auf der Straße erkennen, dann sagen sie, ich kenne dich von deinen Workouts und du bist mir ganz nah und ich habe das Gefühl, ich spreche gerade zu einer Freundin, weil du doch jeden Tag bei mir im Wohnzimmer stehst. Und das hilft mir natürlich dann auch im zweiten Schritt, dass meine Riegel und meine Haarprodukte besser abverkauft werden, weil sie auch dann die Riegel im Supermarkt sehen und sagen, naja, das ist ja von Pamela, das kann ich vor meinem Workout essen. Also da kommt ja dann auch eins und eins zusammen. Das heißt, manchmal muss die Marketing-Strategie gar nicht so offensichtlich sein und gar nicht so offensiv sein und kann trotzdem sehr gut funktionieren. Ich finde das gerade ein bisschen ähnlich zu so wirklich ernstzunehmenden tollen Künstlern im Musikbereich, also Coldplay oder andere große globale Bands, die stehen ja auch nicht da und sagen, jetzt kauf mal ein Auto, das so und so heißt. Und die haben dadurch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit oder Liebe in der Community. Das würde ja da auch nicht funktionieren, oder? Ja, ich denke, beide Sachen haben ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, die Communities unterscheiden sich. Manche lieben schon damals, manche Leute haben, wie hießen denn diese TV-Sender, die einem da alles so verkauft haben? Shopping, Teleshopping. Ja, so Teleshopping, so drei, zwei, eins und jetzt bestellen. Und so gibt es das in der heutigen Zeit halt auch. Influencer derart gibt es und dann gibt es noch die dezentere Werbung und jeder bevorzugt eine andere Art. Schlussendlich kaufen wir alle gerne, aber eben über welchen Weg? Was mich bei dir sehr beeindruckt, ist, dass du eine Kooperation auch mit einem Musiklabel hast und deine Workouts nicht nur mit Rumdudelmusik daherkommen, GEMA-frei, sondern mit Hits auch. Wie kam das zustande und wie wichtig ist das für dein Kanalkonzept? Genau, also meine Videos siegen ja auch durch die gute Musikauswahl. Nicht nur bei den Dance-Workouts, die wirklich auf die Musik ausgelegt sind, da passe ich all meine Bewegungen praktisch auf den Takt der Hits an, sondern auch alle anderen Videos sind mit wirklich tollen aktuellen Chartliedern hinterlegt. Und das kommt durch die Kooperation mit Warner Music. Und das ist natürlich grandios für mich, weil das wertet das Video auf. Alle Follower freuen sich, dass sie schöne Musik hören können und nicht zum zehnten Mal den gleichen GEMA-freien Song. Sie können mitsingen, sie können mitleiden. Ich versuche natürlich, das auch immer so passend zu machen, dass das Lied wirklich sehr gut zu dem Workout passt. Und das wertet es definitiv auf und es fällt niemandem wirklich als Werbeplatzierung auf. Und ich glaube, niemand wäre mir böse über diese Kooperation, sondern alle freuen sich und hoffen, dass das noch lange weitergeht. Und es kommt natürlich auch der eine oder andere Artist vorbei und macht eine Kooperation mit dir, was auch ein schöner Nebeneffekt ist, oder? Genau, wir hatten Jason Derulo. Es war der allererste, der es gewagt hat, mit mir zu schwitzen und zu leiden. Cool. Acht Minuten lang. Liegt das gut? Es lief gut. Er hat gesagt, es hat sich angefühlt wie 80 Minuten. Also das kann man ja nochmal zu Hause ausprobieren und selber beurteilen. Und dann ging das weiter. Also mit Michael Bublé hatten wir aber auch junge Künstler wie Benson Boone, die Elevator Boys hatten wir dabei. Also wirklich, wirklich viele. Und das ist immer total spaßig, weil es selten Leute sind, die meine Workouts davor schon mal gemacht haben. Sie wissen selten, worauf sie sich einlassen und meistern es aber immer mit Bravour. Und die Community gutiert das auch? Also das kommt an? Das kommt definitiv an. Weil meistens können sie es ja dann nicht ganz so perfekt, wie ich es vielleicht schon gemacht habe, weil ich es ja oft geprobt habe. Und dann haben sie das Gefühl, sie haben da einen Mittrainierenden, der genauso leidet, der genauso aus dem Takt kommt. Und man hat einfach mehr zu gucken in dem Moment, vergisst, wie anstrengend es eigentlich für einen selber war. Man hat meistens noch eine Musikeinlage von den Acts mit dabei. Also es ist ja dann schon fast ein Schauspiel. Und das macht Spaß. Schön. Jetzt kommt bei mir eine Frage auf. Die ganzen Videos und die Workouts, das musst du dir ja selber, du hast eben gesagt, auch auf den Takt schreiben. Wie gehst du da vor? Und wie lange brauchst du für so ein Video-Workout-Konzept? Also wenn es ein Dance-Workout ist, dann suche ich mir als erstes die Lieder aus. Dann teile ich die in die verschiedenen Abschnitte ein, wann sich der Beat ändert. Also klar, Refrain etc. etc. Aber jedes Lied hat ja sehr viele Abschnitte. Und da teile ich mir das erst mal ein. Und dann gehe ich das Lied gedanklich durch und gucke, ob ich schon vor dem inneren Auge so eine Übung oder eine Bewegung habe oder einen Tanzschritt, der dazu perfekt passen würde. Und dann dauert das. Und dann fange ich das an zu üben. Finde es erst mal ganz schlecht. Bin am ersten Tag total deprimiert. Gehe am zweiten Tag nochmal dran und so weiter. Also ich glaube, mein schnellstes Dance-Workout hatte ich von Anfang bis Ende in acht Stunden gemacht. Aber an sich dauert das immer ungefähr drei, vier Tage mindestens. Natürlich mit Pausen dazwischen, damit der Kopf auch denken kann. Und dann noch das Filmen und Nachbearbeiten, was auch nochmal vier, fünf Stunden dauert. Also das ist schon Arbeit. Aber ich hoffe, es wird gewertschätzt. Auf jeden Fall. Also ich finde es sehr beeindruckend, weil du dir da auch wirklich die... Wie du eben gesagt hast, auf den Takt das erarbeitest. Und wenn man jetzt die Kadenz, also die Häufigkeit des Hochladens über die Jahre beobachtet, hast du dich da verändert? Hast du mal mehr, mal weniger hochgeladen? Also ich hatte anfangs sehr unregelmäßig hochgeladen. Dann während Corona habe ich einmal jede Woche hochgeladen. Das war intensiv, aber wir waren ja schlussendlich alle zu Hause. Also das war auch einfach mein Fokus und deswegen habe ich das hinbekommen. Und dann habe ich nach dem Lockdown auf alle zwei Wochen wieder reduziert. Einfach, weil es ein unglaublicher Zeitinvest von mir war und ich das nicht mehr gebacken bekommen habe. Und inzwischen habe ich so viele Workout-Videos, ich glaube 150, 160 oder 180 in der Zwischenzeit. Man findet schon noch eins, was man noch nicht in- und auswendig kann. Und schlussendlich mögen die Leute doch immer das am liebsten, was sie schon ganz oft gemacht haben. Weil wir sind ja Gewohnheitsmenschen und so machen wir auch unser liebstes Workout am liebsten zehnmal die Woche. Und deswegen habe ich das wieder runtergefahren und ich denke, das ist auch in Ordnung. Und so ist auch nicht jedes Video auf die Musik. Manche sind auch unabhängig von der Musik mit 30-Sekunden-Timern, so wie wir das von vor zehn Jahren gewohnt sind. Und so ist es einfach die bunte Mischung. Ich habe dich in einem anderen Interview reden hören, dass du dieses Jahr ein bisschen weniger machst oder machen wolltest. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Wie sieht es denn da aus? Jedes Jahr wieder. Verfehlt. Also ja, ich sage das, glaube ich, jedes Jahr, dass ich denke, dass es jetzt an der Zeit wäre, etwas weniger zu tun. Aber irgendwie kommt es nicht dazu, weil es ist einfach schwierig, wenn man ein motivierter Mensch ist, der hundert Ideen hat, der hundert Möglichkeiten hat und vor allem auch die Möglichkeiten hat, alles gleich in die Tat umzusetzen, dann ist das einfach schwierig, auf Sachen auch zu verzichten. Weil die meisten Menschen haben vielleicht Ideen und trauen sich nicht oder sie haben Ideen und haben nicht die Möglichkeiten, das umzusetzen. Und bei mir ist halt jetzt schon irgendwie alles da. Und deswegen fällt es mir echt schwer, Sachen nicht zu tun, die ich eigentlich richtig cool finde, nur weil ich dachte, weniger tun zu müssen. Also das kommt irgendwann noch. Was würdest du eigentlich gerne für ein Image über dich da draußen haben? Also wenn jetzt du in einem Raum bist mit Menschen, dann gehst du raus und dann reden die Menschen über dich. Was hättest du gerne, was sie über dich sagen? Also ich hätte gerne, dass sie über mich sagen. Die Pamela ist sympathischer, als ich dachte, weil die meisten gucken mich an und urteilen dann falsch. Sie ist intelligent, würde ich mir wünschen. Und sie ist ein sehr disziplinierter, aber auch lustiger Mensch. Das, glaube ich, sagen auch viele über dich. Aber das müsste man da mal bei einer Umfrage klären. Oder siehst du das auch in den Kommentaren, wenn es mal zu Begegnungen kommt? Ja, also wenn es zu Begegnungen kommt, klar. Aber schlussendlich, ja, ich meine, sehen mich die Leute in dem Moment auch nur für ein paar Minuten. Was möchte man da groß über einen Menschen urteilen? Also klar, der erste Eindruck kann schon mal entweder strahlen oder eine schlechte Energie mit sich bringen. Und ich hoffe, ich bringe dann positive Energie in den Raum. Aber ansonsten, ja, können eigentlich ja immer nur die Leute beurteilen, die länger mit einem gewesen sind. Und ja, das Urteil fällt da selten schlecht aus, zumindest das, was bei mir ankommt. Aber dafür Leute, die mich nur kurz gesehen haben oder gar nicht persönlich kennengelernt haben, die mögen dann vielleicht mal was Falsches von sich geben. Es gibt nicht viele Deutsche, die 10 Millionen Subscriber erreicht haben. Du bist jetzt eine davon. Du hast so viel schon erreicht. Gibt es denn noch große Ziele, die du dir jetzt selber so steckst? Tatsächlich bin ich echt wunschlos glücklich. Und das ist natürlich richtig schön, sagen zu können. Ich habe keine Ziele, die ich mir jetzt richtig ausgemalt habe und die ich mir wirklich noch in die Realität wünsche, die noch nicht da gewesen sind. Ich hatte es aber noch nie so groß. Also selbst bei 5 Millionen Follower dachte ich nicht, ich möchte jetzt die 10 Millionen Follower knacken. Für mich kam es darauf irgendwie noch nie an. Und deswegen mache ich mir auch in der doch sehr harten Social-Media-Welt relativ wenig Druck, wenn es um die Zahlen kommt. Weil ich bin schon lange dabei, ich bin ein alter Hase, es gibt immer Hochs und Tiefs und ich bin gespannt, wo es hingeht. Was ich bei dir beeindruckend finde, du bist eine, die relativ starr oder konsequent an einem Konzept für einen Kanal festhält, nicht viel verändert. Und das ist ja auch wahrscheinlich ein Teil des Erfolges, oder? Also wenn man viele andere Creator oft beobachtet, die dann nochmal ganz neue Dinge probieren auf einem Kanal. Du bist da sehr kontinuierlich unterwegs, oder? Ja, da hast du allerdings recht. Also anfangs hat das so gestartet, dass ich dachte, ich kann doch jetzt meinen schönen YouTube-Feed mit den ganzen schönen Sport-Thumbnails nicht irgendwie durchbrechen durch einen Vlog oder sowas in die Richtung, obwohl das vielleicht viele gerne gesehen hätten. Aber ich mache ja auch so viele Dinge in meinem Leben und dann mache ich so viele Dinge an einem Tag. Ich saß jetzt noch nie mit Langeweile da und habe gesagt, ich brauche jetzt ein neues YouTube-Konzept, weil das, was ich mache, funktioniert. Und die Leute sprechen mich ja an, weil sie sagen, ich trainiere mit dir. Und das ist mir immer so viel wert, dass sie wirklich sagen, ich benutze deine Videos. Ich schaue nicht die Videos, sondern ich benutze sie. Und das finde ich gerade so wertvoll, dass die Videos eben nicht einmal geschaut und weggeworfen werden, sondern dass auch die Videos von vor fünf Jahren irgendwie noch ein Star sein können und dann immer noch durch die YouTube-Suche auffindbar sind. Das liebe ich ja gerade an YouTube so sehr, dass alte Content-Pieces nicht alt werden, sondern alte Content-Pieces, wenn die gut waren, sind die immer noch ein Hit. Und das schätze ich einfach sehr wert und deswegen wollte ich da irgendwie mein System nie ändern. Was ist denn dein meistgeschautes Video auf YouTube? Das wird das 10-Minute-App-Workout sein. Ich glaube, das hat um die 90 Millionen Views, sowas in die Richtung. Das ist auch wieder was sehr Hilfreiches, also was Schnelles. Ja, 10 Minuten. Meistens ist es bei mir immer ein 10-Minuten-Workout. Das heißt nicht, dass ich nur 10 Minuten trainiere, aber man kann sich ja dann alles so zusammen basteln, wie man das möchte. Ich möchte heute Bauch trainieren und dann vielleicht noch ein Bauch-Workout und dann noch ein bisschen Cardio hinten dran. Und so kann das eben eine möglichst schnelle oder eine sehr lange Workout-Session werden. Und die kurze Pause nach den 10 Minuten, die braucht ja jeder. Ich finde bei dir so beeindruckt, du bist so ganz klar über deine Strategie. Weißt du die immer sofort oder hast du das in deiner Familie, in deinem Team, wo du dann viel diskutierst und dann dir das auch anhörst von anderen? Oder weißt du genau, okay, wir gehen diesen Weg und den gehen wir jetzt? Oder wie kommt so eine Entscheidung zustande, bei dem Konzept für den Kanal zum Beispiel zu bleiben? Also die Entscheidung, die wurde noch nie ausgesprochen, weil das eigentlich nie eine Entscheidung war. Das kam einfach so. Ich bin ein ganz großer Bauchgefühlsmensch und vertraue dem aber auch ganz stark. Und ich finde nie, dass man den Plan schon zu Ende formuliert haben muss, bevor man ihn gestartet hat. Also probier es doch mal aus und guck, wie es ankommt. Und nichts wird beim ersten Mal direkt gut ankommen. Man braucht immer ein paar Versuche. Aber ich habe offensichtlich gesehen, dass das System, das ich fahre, gut ankommt. Und wenn es nicht so gewesen wäre, hätte ich vielleicht die Strategie verändert. Aber ansonsten diskutieren wir da relativ wenig, weil… Läuft ja. Läuft halt. Genau. Wenn jetzt, was viele tun, diesen Creator-Podcast hören und die sind am Anfang einer YouTube-Karriere, es sind bestimmt viele weibliche Creator, die auch zu dir aufschauen und ganz genau schauen, was du machst und jetzt diesen Podcast hören. Was kannst du denen so mitgeben aus deiner Biografie, persönlich als Frau, aber auch als YouTube-Creatorin? Also ich denke, jeder braucht diese gewisse Findungsphase, um wirklich rauszufinden, was macht mir Spaß und was kann ich eben auch langfristig umsetzen. Weil bei mir sieht man ja, das alles hat sich über zehn Jahre aufgebaut. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Und deswegen muss man auch wirklich realistisch bleiben. Was ist für mich selber umsetzbar und worauf habe ich wirklich Lust? Weil nur der Zahlen wegen und nur des Geldes wegen etc., weiß ich nicht, man wird das keine zehn Jahre lang machen. Und deswegen braucht man wirklich so eine innere Flamme und ein inneres ganz großes Interesse, das machen zu können. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man mal was ausprobiert und das klappt nicht und dann ändert man den Weg. Ich sehe natürlich viele auf YouTube, bei denen man sagen könnte, oh, die haben aber Pamela Reif jetzt kopiert. Also der Thumbnail sieht praktisch gleich aus, das Video ist gleich aufgebaut, der Timer sitzt an der gleichen Stelle. Da würde ich sagen, es stört mich eigentlich gar nicht. Manche schicken mir das und sagen, komm, die hat dich kopiert. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil wieso nicht? Probier es doch. Ich meine, jeder macht ja trotzdem nochmal ein anderes Workout. Deswegen sei es so. Aber ich finde trotzdem, dass man sich zumindest in der heutigen Welt, wo alles sehr übersättigt ist schon mit Content, überlegen muss, wie bringe ich da einen eigenen Twist rein. Denn eine Kopie wird nie so groß werden wie das Original. Muss ja auch vielleicht nicht. Aber wenn man es schafft, es abzuwandeln und zu etwas Eigenem zu machen, dann hat man auf jeden Fall noch Chancen. Siehe Noelle. In eineinhalb Jahren 17 Millionen Follower. Da habe ich zehn Jahre gebraucht und bin aber noch nicht da. Gut, man muss dazu sagen, dass es natürlich auch die Kurzform-Videos ein neues Produkt bei uns zum Beispiel sind oder auch auf anderen Plattformen und dadurch ein sehr schnelleres Wachstum möglich ist. Das ist einfach eine andere Zeit gewesen, glaube ich, damals. Wenn du jetzt nochmal kurz auf den Businesswoman, wenn wir da nochmal kurz zu sprechen kommen, glaube ich, dass du nicht alles immer zusagen kannst, was dir so auf den Schreibtisch flattert. Also ich glaube, da muss man auch mal Nein sagen, ist mein Gefühl. Weil der Tag hat auch noch 24 Stunden. Du bist selber sehr aufwendig in deinen Projekten unterwegs. Auch da ein Tipp für Creatorinnen am Beginn. Machst du das nach dem Bauchgefühl oder hast du gesagt, ich will mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren und muss das deswegen absagen? Also wie findest du deinen Weg, auch Dinge, die wahrscheinlich sehr attraktiv, sowohl beim Geld als auch bei der Aufmerksamkeit sind, abzusagen? Also schlussendlich ist meine ganze Familie eher ein Nein-Sager. Also ich habe viel öfters in meinem Leben Nein gesagt als Ja. Und generell ist bei uns eh erstmal alles ein Nein, bis man sich dann vielleicht auch nochmal anders überlegt hat. Deswegen, ich glaube, gerade am Anfang wurde ich auch größer, weil ich mir wirklich treu geblieben bin und mich nicht auf 100 Wege verstreut habe. Inzwischen kann ich auf den ersten Blick eigentlich schon ganz gut urteilen, was zu mir passt und was nicht und kann da gut aussieben. Aber ich denke, man muss sich damit schon ganz gut befassen, weil es gibt genug Leute, die irgendwas ausprobiert haben, das kam gar nicht gut an und die Menschheit merkt sich das. Deswegen, gerade wenn man sich noch nicht gefunden hat, muss man auch mit Bedacht Nein sagen können. Aber wenn man sich noch nicht sicher ist, bin ich immer ein großer Fan des Vertagens. Sonst, wenn man auch die Firma irgendwie nicht böse machen möchte, dann sagt man momentan, passt nicht rein, ich habe viel zu tun, bin viel auf Reisen, vielleicht können wir nochmal in drei Monaten sprechen oder so. Dann hat man nochmal drei Monate Bedenkzeit, kann sich nochmal seine drei Gedanken dazu machen etc. Deswegen, nicht alles im Leben muss ein klares Ja und ein klares Nein sagen. Du bist sehr erfolgreich auf YouTube, hast jetzt die 10 Millionen geknackt. Du bist sehr treu deinem Konzept bisher geblieben. Wenn wir jetzt mal 10 Jahre weiterspulen, ist das möglich, dass du da komplett was anderes machst? Gibt es da schon so erste Gedanken oder wirst du jetzt erstmal bei diesem Weg bleiben? Also ich habe keinen 10-Jahres-Plan. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich in 10 Jahren befinden werde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es weitermache. Ich meine, meine Community wächst auch mit mir und wahrscheinlich wollen wir immer noch mehr oder weniger aktiv sein, wenn wir älter sind. Vielleicht sind es dann Mami-Workouts oder vielleicht sind es dann doch nur noch Rezepte, wenn ich in der Küche stehe. Schauen wir mal. Aber ich mache mir darüber momentan noch keine Gedanken. Ich bin mir sicher, dass du ein tolles Konzept finden wirst und das sehr, sehr gut umsetzen wirst. Wir bei YouTube sind dir einfach unheimlich dankbar für das, was du so für die Plattform bist und auch, dass du hier bei diesen Events bist und ansprechbar für andere Creator, für die Medien. Vielen Dank für deinen Einsatz hier. Vielen Dank, dass du beim Podcast warst. Wir wünschen dir vom gesamten YouTube-Team nur das Beste und wir freuen uns sehr auf die Zukunft von dir auf dem Kanal und auch sonst. Dankeschön. Danke für deine lieben Worte und ich freue mich auch auf alles, was noch kommt. Andereевич. Und wie司amm Rate Capist Was ist jetzt hier? Ich höre dich Schönen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.